Ja, hallo. Also, ihr müsst euch jetzt nicht wundern, dass jetzt ein Mann hier die Stimme erhoben hat, da ich ihr Ex-Freund bin. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber gut, das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema beschäftigt sich jetzt momentan um ihren YouTube-Account. Den hatte sie mir, sag ich mal, überlassen. Und das aus dem Grund, weil sie momentan sehr viel Arbeit hat. Sie arbeitet gerade an einem Spiel und sie hat nämlich in Kemela schon Warnungen bekommen. Das bedeutet, Kemela ist also eine Internetseite, wo Let's Player Keys anfordern können von jeder Art von Spielen, die dort angeboten werden. Und ja, wenn man dann diese Spiele auch nicht, die man angeboten bekommt, in YouTube reinlädt und präsentiert und Let's Play darüber macht, dann werden die Entwickler natürlich sauer, können diese Spiele auch aus dem Account wieder entfernen und können sogar auch noch diese Spiele für sie eindeutig sperren. Und was noch das Blöde ist, sie bekommt dadurch noch Strafen. Und deswegen übernehme ich das jetzt. Ich mache für sie jetzt Let's Plays auf ihren YouTube-Kanal, den sie ja schon sehr lange nicht mehr angerührt hatte. Und unter Zeitmangel ist sie ja. Und deswegen verstehe ich das. Und ja, darum habe ich jetzt ihren Familien-Share-Account in Steam bekommen. So kann ich auf ihre Spiele jederzeit zugreifen, wenn sie nicht selber spielt. Aber das bespricht man ja, weil wenn ich jetzt eine Aufnahme mache und sie fängt da auf einem Mann zu spielen, wäre ein bisschen blöde. Ja, wenn ich da ein Video fertig habe, werde ich ihr das Video senden. Dann kriege ich grünes Licht von ihr, ob das Video gut ist oder schlecht ist. Ob sie das so okay findet. Und dann lädt sie das sozusagen hoch. Ja, und ich möchte in diesen Videos präsentieren, so gut ich kann, über Spiele, die ich bekommen habe oder sie bezüglich kürzlich bekommen hatte. Und ja, also die ich von ihr bekommen habe. Weil sie hat mir nämlich eine Liste gemacht, welche Spiele ich präsentieren soll. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Und ich präsentiere halt die Spiele. Ich mache jetzt auch kein großes Klimmbeben rum, wie große Effekte und so ein Kram. Ich mache einfach nur Spiele präsentieren, weil mir dafür auch einfach die Zeit fehlt und ich mich damit auch echt nicht auskenne mit so einem Zeug. Und was ich auch gleich sagen möchte, ich mache keine Videos über irgendwelche Editor oder Editoren oder wie man Maps baut und so ein Zeug. Das kann ich nicht. Das ist für mich auch etwas, naja, das ist jetzt nicht so mein Part. Also ich präsentiere so die Hauptspiele. Ich denke, das ist auch so mit das, was die Leute mir am meisten interessiert. Und ja, das wollte ich mich mal anmerken. Und ich hoffe, ihr schaut noch zu dann. Und gebt noch einen Daumen hoch oder ein Abo. Und ja, viel Spaß dann beim Zuschauen. Tschüss. Und ja, viel Spaß. Vielen Dank.